hallo und herzlich willkommen sind wir wieder bei terminator resistance irgendwie habe ich heute was mit dem reden ich weiß auch nicht wir sind ja vorgestern hier gestorben und ich muss glaube ich erst mal gucken wie ich hier wieder hochkommen komme ich denn hier raus wahrscheinlich erst als stimme von ihm wie soll man denn hier rauskommen ist mich verein der platz stiche einfach so weg das ist ja mal das kann ich wie ich hier weg kommen soll test das mal hier so try to wo ist es hier weg Weißt du, wo was, ne? Das ist doch der. Ja, wenn du halt noch irgendwo weiter... Aber wenn ich da jetzt runtergehe, bin ich wieder tot, ne? Ich bin hier. Der sieht mich hier da, oder? Yes, sir! Wie soll ich denn da hinkommen? Da war ja was, da lag ja was. Wo ich die... Achtung! Houston! Ich bin doch schon ein geiler Hecht. So geht das, mein Freund. Was? Ah, siehst du, das war nämlich der. Uh, ATM Hardballer. Aber ich muss erst mal hier... Alles herstellen. Die brauche ich nicht herstellen. Davon habe ich drei. Und die stelle ich auch mal her. Aber nicht elf. Drei habe ich. Okay. Brauche ich zwar nie, aber ist ja egal. Und davon nochmal 13. Alle. So. Da habe ich noch wieder Platz. Ich glaube, ich muss wieder alles aufsammeln. War ja nicht oben noch die Kiste, ne? Warte, hier waren die ganzen Kisten da. Ja. War nicht da auch noch eine Kiste? Ja. Ja. Saturn V's hat in der Nähe unserer Position eine Skynet Antenne entdeckt. Wenn es uns gelänge, sie zu zerstören, können wir Zugang zu den Türmen erhalten, die mit dem Überwachungsnetzwerk verbunden sind. Sie sind mit Plasmagewehren der zweiten Generation bewaffnet. Genau das Richtige, um die HK-Lufteinheit auszuschalten, die das Gebiet bewacht. Um sie zu zerstören, muss ich jedoch zum Hauptkern gelangen, der tief unter der Erde liegt. Wenn ich nur ein Seil finden könnte, könnte ich mir durch eine Wartungsluke Zugang verschaffen. Ich hoffe nur, dass meine Abseilkünste nicht eingerostet sind. Mach ich nämlich erstmal die. War das dann eine große? Wo liegt der denn? Ach da. Kann ich den aber... Lass mal die Schnauze halten. So, ich speichere nochmal. Und ich wollte noch im Inventar gucken. Und zwar... Ach guck mal, wir haben jetzt die Pistole, die brauche ich aber nicht. Was wollte ich jetzt gucken? Was wollte ich gucken? Fertigkeit, da war ich dem Sprengstoff. Wohl. Ähm, Schlösterknacken, Hecken 2 wahrscheinlich gebraucht wird. Von daher lasse ich das mal. Und gucken wir mal, wo das geht. Ich sehe, du bist in einem Pistole. Das war schluss. Du solltest wussten, dass was passiert. Das ist, wie die Maschinen operieren. Sie benutzen unsere Humanität gegen uns. Alles mitnehmen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Oh, es ist... Da ist es doch. Da ist es doch. Da ist es doch. So, you're really gonna go through with this. Word of warning. Get yourself some Soundticoids. The perimeter around the antennae is littered with silverfish. I see a junkyard close by. If you need some scrap metal to craft Soundticoids, that's where you'll find it. Ich habe jetzt, ich mache jetzt doch, ähm, und zwar Rucksack 1. Weil dann habe ich nämlich mehr Platz und kann nämlich mehr mitnehmen. Clear, clear. Guck mich trotzdem nochmal um. Wisst ihr? Da ist schon wieder was. Da müssen wir langen. Ne, hier, hier ist es da, oder? Zeuge. Geschaltet. Warte mal. Das ist das, okay. Erreiche ich an Teller des Hauptkerns. Was ist das hier? Ach, das ist nochmal Zeuge. Dann nehme ich die ja natürlich erst, ne? Aber ich muss ja auch aufpassen. Wollte sagen, ich höre doch wieder was. Und da sind die. Und da sind die. Erstmal die Täuschkörper ausrüsten. Die Täuschörper ausrüsten. Den hoch. Sehr schön. Haben wir die auch schon mal in diese Richtung. Da kommen die Flieger wieder. Lassen wir die mal eben kurz hier umdrehen. Ihren Luki-Luki machen und dann rennen wir bei rechts rüber. Die Antenna. Ich sehe sie. Hacking will grant uns Kontrolle über diese Turretien. Sie sind mit einer zweiten Generation Plasma-Refel. Sie sind stark genug, um einen HK-Refel zu bringen? Das ist genau richtig. Na gut. Die Übersetzungspläne sind zu schnell. Irgendwie kriegt das nicht hin. Fotografieren kann ich nicht. Oh mein Gott, guckt euch das an. Und da ist noch so einer. Sehr schön. Da muss ich rein. Das ist ja echt übel, ne? Oh ja, super. Du Held. Spreng ab. Spreng ab. Jetzt. Alles klar, der hat mich fast gesehen da. Der hier glaube ich. Irgendwie hat er mich gerade gesehen. Ich glaube, das war der Turm. wie komme ich denn am besten rum sieht das würde ich ja am besten rum kommen oder auch nicht doch links rum ja keine mehr da der hat mich doch ich gerade gesehen aber komme ich da jetzt rum oder sagt nichts sagt nicht sagt es nicht bin ich auch mal gespannt warte mal nicht jetzt müsste ich jetzt wieder die sachen haben die habe ich jetzt noch fünf stück habe ich nicht mehr gemacht aber ist doch mal zurück glaube ich erwarte geht ja gar nicht hier war ja die hier ist ja auch blöd ist dahinten hin das heißt ich kann einfach hier mehr so kann ich nicht ich hatte nicht vor den da rein zu nutzen so dass er das hört aber ich glaube das funktioniert nicht damit ich die wenn die zerstört sind der auch dann mit angenockt wird aber ich doch der fahrt der fliegt darum hier geht hier lang der geht da lang müsste er jetzt hier lang gehen und dann wieder zurück jetzt wieder zurück ja auch wieder von denen ich gesehen werden oder die seite habe ich ja schon mal da sehe ich schon in den leser da ist noch ein so einer das hier müsste ich eigentlich so dran vorbeikommen da komme ich nicht so dran vorbei aber ich kann hier gleich wenn der hier rüber guckt los jongen jetzt bin ich genau drunter komme ich hier irgendwo rein hallo oder was da drei stück gehen würde ich gerne hacken aber das geht von hier aus nicht und da hoch zu gehen geht ist natürlich mein todesurteil von daher muss ich wohl hier rum das scheint aber auch die leichteste ecke zu sein hier bin ich überhaupt noch auf dem richtigen weg nein ich muss hier so durch hier kein weg da rum da rum da rum hier scheint nicht hier ist aber ganz ganz fiesig hier ich hätte nicht wo man ja wie soll ich denn da hinkommen hier höchstens in den nächsten raum ein links hoch habe ich das an den stoppt nichts abgezogen verdammt wie dann bleibt er so weil er ist hier direkt um die ecke das kleine zwischen dreht ihr euch genau in dem moment rum ach so der bio gesehen okay ist klar ich kenne sich mal daran gedacht die Was ist das denn? Moment, Freunde der untergehenden Sonne, hier, achso, hier. Seid ihr tot? Wer hat mich erfasst? Niemand. Aber zwei Stück pöllert. Müsste da nur noch einer sein auf der Seite. Wo ist denn der? War er nicht hier? Uiuiui Und hier war es so da hoch und dann da rein Was ist wenn ich hier und hier nicht da Was wäre Wo denn Einer von den Türmen Aua Guck weg Lass mich in Ruhe Mein Freund Guck fache des jambes Okay. Ich bin unfähig unfähig Menno, Menno, Menno Achso, das ist der wieder Warte mal Nee La 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 Schade, dass man nichts aus dem Inventar bauen kann Eine Dose Oder ich mach da erstmal hier mit Hmm Blöd, die kann man nicht damit zerstören Aber das U Das ist doch egal Wie zu einem D Der läuft hier in die Richtung Und wieder da ein Okay Wer hier in meine Richtung guckt How do I get inside There has to be a way down Keep your eyes open Oh man Oh man Oh man Oh man Okay Ist wieder bei 30 Minuten Das heißt Das nächste Ich mach Ich mach das beim nächsten Mal Ich hoffe Es ist nicht so schlimm für euch Da ich hier nonstop draufgehe Aber das ist nicht gerade einfach Von daher Sehen wir uns In der nächsten Folge wieder In Bakerfield Bis dahin Euer Wubra Tschüss 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 Tschüss